Dann könnten wir jetzt nämlich eigentlich mal so eine kleine Oma-Prüfung machen, also keine Angst, das ist alles ganz einfach. Wir haben da nämlich einen ziemlich bockigen Testenkel und der will einfach nicht ins Bett, sondern lieber fernsehen. Schick dir bitte mal den Kleinen rein und wir gehen einfach mal hier rüber. Kommen Sie mit mir mit. Also, das ist der kleine Andi, sag mal schön brav jetzt zu den Omis, guten Abend. Nö. Also, Frau Löffler, Frau Starr, tun Sie jetzt Ihr Bestes, versuchen Sie ihn irgendwo dazu zu bringen, dass er freiwillig ins Bett geht. Los geht's. Mein kleiner Andi, du isst doch so gerne Schokolade, nicht? Ja. Dann kriegst du keine mehr, wenn du nur Fernsehen gucken willst, nicht? Nee, aber ich will mir doch erst GZS-Set angucken. Ach. Außerdem muss ich erst die Autos... Aber du bist doch schon viel zu alt. Nein. Ich will jetzt erst mal die Autos auf die Fähre bringen. So, die Schiffe sind drinnen. Ihr könnt schon mal ins Bett gehen, ich komm dann. Gut, geht. Kommen Sie bitte zu mir. Ich sage erst mal vielen Dank, Andi, mein kleiner Du wasser. Schaubberhaft. Danke. Endeекduck. ced denke. Danke. Danke,ụigen Sie immer, wie ich noch nie ist. Danke sehr, danke. 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 mit diesemjektizem remained einfach weil sie Treinhard.